Hartz-IV-Empfängerin Heidi muss weiterhin regelmäßig zu Vorsorgeuntersuchungen bei ihrer Frauenärztin. Heute sind wieder Ultraschallbilder vom Kind Nummer 7 entstanden, einem kleinen Jungen. Hier haben wir einen Fuß, hier haben wir nochmal einen Fuß mit den Zehen, da sieht man es besser. Da ist die Nase, Nasenknochen, hier ist das Auge. Hier ist der Mund und hier ist das Kind. Genau, und hier hast du nochmal einen Oberschenkel. Oberschenkel, ja. Für das Paar ist es das dritte gemeinsame Kind. Marcel ist von seiner erneuten Vaterschaft nicht gerade begeistert. Dass ich Junge ist, bin ich nicht so gefreut. Und dass ich überhaupt gerade ein Kind noch ins kommt, also hält sich ja bei mir der Freude eh in Grenzen. Auch wenn es da ist, muss ich mich trotzdem drum kümmern. Also da gibt es ja keine Einwände, aber es liegt nun mal die Entscheidung nicht bei mir ab, dass das Kind kommt oder nicht, das liegt nun mal bei der Frau. Heidi hat zu diesem Punkt eine eindeutige Haltung. Abtreibung kommt für die 35-Jährige nicht in Frage. Für mich war von vornherein oder eigentlich schon mein ganzes Leben lang klar, ich bringe nicht mein eigenes Fleisch und Blut um. Das habe ich von Anfang an gesagt. Und daran halte ich mich auch. Mit der Verhütung nehmen es die beiden nicht so genau. Wir machen das immer meistens so, dass wir halt nicht für den Eisprung Geschlechtsverkehr haben. Und mit Kondom habe ich es auch schon mal probiert. Das geht ja auch von den Dosen. Ja, die sind meistens immer gerissen. Ja, und die Pille nimmt sie nicht. Bei Heidis siebter Geburt steht die Entnahme der Gebärmutter im Raum. Danach könnte sie keine Kinder mehr kriegen. Marcel befürwortet das. Doch für sie ist Verhütung nicht nur reine Frauensache. Ja, na klar, aber du darfst nicht vergessen, dass Männer genauso ihren Teil dazu beitragen können. Warum sollen denn immer Weiber das machen? Das können auch Kerle machen. Weil du dann schon sieben Kinder hast, irgendwann langt es doch mal, oder? Ja, genau. Das ziehst du nicht ein, ne? Na doch, das habe ich selber gesagt, das reicht langsam. Gut. Thema beendet. Gut. Die vier Kinder von Heidis Ex-Mann sind im Heim. Ihre zwei Töchter von Marcel bei Pflegeeltern. Auch beim nächsten Kind droht eine Inobhutnahme durch das Jugendamt. Doch zu gebären ist für die 35-Jährige sehr wichtig. Das klingt jetzt eigentlich aber auch blöd, wenn ich jetzt sage, okay, vielleicht ist das jetzt für mich irgendwo eine Chance zu sagen, okay, mit dem Kind kann ich das jetzt vielleicht wieder besser machen oder so. Aber ich weiß es nicht, ich kann es eigentlich nicht so genau sagen. Das Jugendamt beurteilt Heidi als nicht erziehungsfähig und verlangt, dass sie sich professionelle Hilfe holt. Doch das blockt sie, wie jede Kooperation, ab. Marcel versucht sie umzustimmen. Man muss ja nicht immer in die Klinik, es gibt ja auch Therapeuten, wie jetzt hier in so ein Gebäude, wo du hingehst, paar Sitzungen hast und wieder gehst. Na genau. Ja, klar gibt es das. Man muss, wenn man will, findet man das. Siehste, du hast damit schon keinen Bock. Siehste, das ist das Thema für dich. Das ist eine wunde Stelle bei dir. Aber daran musst du arbeiten. Schließlich geht es um das Sorgerecht für ihre beiden kleinen Töchter und den ungeborenen Jungen. Das ist eine wunde Stelle, komm her, Dunkfbacke. Das willst du aber selber, dass ich da an dir arbeiten muss. Seit drei Jahren streitet das Paar um die Rückführung seiner Kinder. Und man muss auch mal gut sein. Was soll ich denn noch machen? Soll ich mich wirklich einschließen? Da haben kannst du da, da haben sie jetzt nie. Siehste, das ist das, was man geflitzt immer drin hat. Ja, nee, weil du das anscheinend auch nicht raffst. Die Art musst du ablegen, wieder. Doch, Selbstbewusstsein musst du mal wieder kriegen und alles. Ja. Das Jugendamt verlangt von beiden Kooperationen. Das Urteil im Sorgerechtsverfahren ergeht schon bald. Eine Zerreißprobe für die Nerven der Eltern. Auch weil Marcel bisher weder die Vaterschaft anerkannt, noch eine Haaranalyse gemacht hat. Gründe dafür nennt er nicht. Abends in Weißenfels-Neustadt. Der 16-jährige Max hat Liebeskummer. Denn vor kurzem macht seine Freundin Josie plötzlich Schluss mit ihm. Sie hat halt gesagt, sie kann das halt nicht mehr führen. So, und dann hat sie das halt dann. Und dann ist dann halt meine ganzen Pullovers zu mir gebracht. Nicht direkt zu mir, aber ich hab sie dann abgeholt und dann, ja, haben wir uns getrennt. Und jetzt ist sie mit ihrem Ex wieder zusammen. Zwei Monate sind die Teenager zusammen gewesen. Der Hauptschüler tröstet sich mit seinem Hobby, der Rapmusik. Hab aufgehört zu rappen, außer Liebe zu deppen. Meine Echsen sind Vergangenheit, seit drum rapp ich erneut. Ich bin Single und komme gut klar. Die Echsen machen wunderbar. Da, wo noch große Liebe da ist, eines Tages bin ich vielleicht ein großer Star. Anke hat für ihren Sohn immer ein offenes Ohr. Die 49-Jährige schreibt auch seine Rap-Texte. Wie komme ich zu den Texten? Ich habe bloß gesagt, er soll mal sagen, wie er sich fühlt. Und daraufhin habe ich dann ein Lied geschrieben. Ich muss nicht halt Oma-Mucke hören, um mich lebendig zu fühlen, sage ich mal so. Weil Eminem, Daidu, mit sowas bin ich halt groß geworden. Die sechsfache Mutter hilft ihrem Sohn, seine Gefühle in Rap umzuwandeln. Liebeskummer kommt bei Max häufiger vor. Du weißt ja, wie du dich gefühlt hast wegen deiner Ex-Freundin. Ja, das müsst ihr rüberbringen. Ja, wie soll ich das selbst rüberbringen? Naja, das ist ein langsames, trauriges Lied. Und du machst wub, 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 wub. Ich wurde ja immer verletzt. Manchmal haben die halt mich bedrohen oder haben Schluss gemacht. Am meisten Schluss gemacht. Ja, das Gefühl kenne ich jetzt heutzutage immer. Der 16-Jährige kommt bei den Mädchen in Weißenfels gut an. Dass sie trotzdem so schnell mit ihm Schluss machen, verstehen weder er selbst noch Anke. Seine Kumpel, seine Freunde, alle sind der Meinung, Max ist lieb. Und dann machen die einfach Schluss. Aber bei der letzten, tue sie da, war es am schlimmsten. Finde ich jetzt. Ja, finde ich auch. Ja. Das war nämlich scheiße. Ich habe nämlich... Weil die hat mich gleich als Schwiegermutter bezeichnet. Wegen der habe ich dann halt, sag ich mal so, Gefühlsbruch annelten. Alle wollen mich, aber ich will keinen. So, keine Beziehung. Gerade hat Max erstmal genug vom Thema Mädchen. Die Zukunft wird zeigen, wie lange er seiner Ex-Freundin tatsächlich noch nachtrauert. Seit acht Wochen lebt Susan in Weißenfels-Neustadt. So langsam will die 34-Jährige ihre neue Wohnung weiter einrichten. Unter anderem fehlt ihr noch eine Spüle. Und abwaschen muss man ja trotzdem. Das haben wir jetzt auch verdachen und zöner. Ja. Wie kam es jetzt dazu, dass du noch keine Spüle hast? Na, weil ich... Ja, nein. Weil ich halt hier von hier nochmal komplett neu anfange. Also mit Möbeln und so. Da hat sich halt noch nichts gefunden, was günstiges. Äh... Was Spüle oder so angeht. Und daher, was ich hier im Bad habe, aber ich finde das jetzt auch nicht schlimm. 180 Euro hat Susan monatlich zur freien Verfügung. Davon auch noch Einrichtungsgegenstände zu kaufen, ist nicht einfach. Trotzdem will sich die Hartz-IV-Empfängerin ein kleines Reich schaffen. Man muss sich zu Hause immer wohl zu finden. Das Wasser ist kalt. Ich bringe jetzt hier mal einen Schalter. Superfels. Wow. Kranzig. Zum Glück kann die gebürtige Weißenfelserin heute von ihrem Bruder aus der Nachbarschaft, dessen gebrauchte Spüle und seine alte Waschmaschine abholen. Beim Transport helfen ihre beste Freundin Susi und der gemeinsame Kumpel David. Moin, Patsi. Es regnet. Hast du das Wetter verstellt? Nein, scheiß Wetter. Moin David. Hoi. Meinst du, die kriegen wir rein in die Waschmaschine? Ja. Ja, und die Spüle. Ich glaube, man muss auch zweimal fahren, ja. Wie ich denn das spüle. Wollen wir erst mal hoch zu Uwe. Susan sieht ihren Bruder Uwe lange Zeit gar nicht. Nach ihrer Rückkehr in die Heimat trifft sie ihn zufällig wieder. Als er von ihrem Neuanfang in Weißenfels hört, beschließt er zu helfen, so gut er kann. Die Spüle kriegst du nicht ins Auto? Nein. Nein. Aber die Waschmaschine, ja. Immerhin kann Susan Uwes alte Waschmaschine mitnehmen. Ihre eigene funktioniert nicht mehr richtig. Ich hab mein Bruder nach vier Jahren Wetter getroffen. Wir haben uns unterhalten und hat gesagt, dass er noch die Waschmaschine und den Spüler und so alles noch übrig hat, also dass er es nicht braucht. Susan flüchtet vor kurzem aus Erfurt wegen häuslicher Gewalt. Freunde und Familie helfen ihr beim Neuanfang. Während David und Susi die Waschmaschine im Auto transportieren, gehen die Geschwister zu Fuß. Ich hab ja damit nicht ganz oben. Das ist jetzt nicht so herzulaufen. Ja, nicht ganz oben. Aber ach, das sind nicht viele Treppen, das sind auch 54. 54 Stufen. Gemeinsam schaffen die Freunde das Gerät ins Dachgeschoss. Susans alte Waschmaschine hat kaputte Heizstäbe. Damit kann sie nur noch kalt waschen. Dauerhaft ist das kein Zustand. Die Waschmaschine hat mich in den Wahnsinn getrieben, ich schwör's dir. Also, ich wasche Wäsche, ich denk, warum stinken die, Alter? Es ist reingemacht, Backpulver reingemacht, alles reingemacht. Meine Böse hat immer meine Wäsche gewaschen, weil ein paar frischer Schlubber und so. Hinter der alten Waschmaschine der fünffachen Mutter hat sich so einiges angesammelt. Was hast denn du da hinten? Was denn? Hast du Hunger? Also nur, äh, brauchen wir uns. Das kann aber doch von meinem Punkt gewesen sein. Ja, das ist ja auch. Das ist jetzt auch ein Spinner. Das ist eine Spinner. Mach die Däute, ich hab nur Spinnfucki. Ich bin nicht. Ich bin nicht. Ich mach's leider nicht. Warte. Mach ich mich, die Sterne sind mal weg. Weg, ja. Die lebt ja noch. Die lebt nicht. Die lebt. Die ist tot. Willst du da haben? Nein. Ich setze die auf die Hand. Komm. Da lernst du aber fliegen, Klopfen. Ja, mach mal. Ey, was ist denn das für ein Vieh, Alter? Ist eine Spinne. Ja, die ist aber gefleckt. Töte esst. Kann gefährlich sein. Du hörst wieder. Hallo, ich hab eine Spinnfucki. Ich seh da nur noch Spinnen. Ich warst ja gleich weg. Gleich? Ja. Da wird die immer hier rum, Alter. Was denn ist denn raus? Nee, die ist schon tot, Uwe. Tut mir doch egal. Oder ein Tier. Und zwar außerdem geht ne Spinner. Nachdem sich das Problem gelöst hat, schaffen Susan und Kumpel David die alte Maschine aus dem Weg. Nun kann die 34-Jährige erst mal einen Probewaschgang starten. Da ist die Wäsche aber trotzdem nicht getrennt. Na ja. Und wer hat das eigentlich auch auf Handwäsche? Ich weiß. Nicht zwingend. Und viele Hosen hast du doch gar nicht. Sagt nichts. So, jetzt bin ich bei Dara sehr gespannt. Mein Liebling, Susan. Sehr schön, sehr schön. Die neue Waschmaschine funktioniert einwandfrei. Wieder ist Susan ein Stück weiter mit ihrer Einrichtung gekommen. Nach und nach baut sie sich ein neues Leben in Weißenfels auf. Das war wir los. So, dann geht's euch für heute 장in um hier. ret8 Rande. So, dass unsere Hausuke Straumler drauf ist. So, jetzt geht's am Vor 105 Heitling. So, dann geht's mal kurz, wenn ich bei zwei zwei Te meinen dann wiederուhe das abts. Drei conservative wieder. So, dann sehen wir uns genauer So, dann gehen Sie vor allen bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.